Wie sieht die denn aus? Junge, Junge. Warte, hast du? Ja, ich brauch Materialien. Was krieg ich dafür? Verarschen. Ne, dann nehmen wir die vier halt. Handeln und dann ab, das wäre meine Pleite. Ich kann die Waffen halt nicht brauchen. Die Waffenteile. Darum verkaufe ich es wieder. Besser vier Teile als nix. Tag 29. Ich denke bis Tag 30 machen wir heute. Es werden alle krank, oder was? Und ich habe Medikamente verkauft. Na tolle Wurst. Was kann dir das wieder reißen heute? So schon. Fallout 4 Ich bin mir am überlegen ob ich mir auch Fallout 4 hole, ich habe es mir halt noch nicht angeguckt wie es so ist, dein Ernst, ähm, deshalb mal gucken Kommt ja auch ein neues Tomb Raider raus, ähm, Xbox Only glaube ich Äh, muss ich mir angucken, aber erstmal sollte ich mein altes Tomb Raider durchspielen Ich habe es auch noch nicht durch, ist auch nicht, keine Lust dazu, irgendwie Äh, das neue Need for Speed Ich habe mir das neue Need for Speed geholt für Xbox One Ja, ähm, es gab, ja, viele schlechte Kritik Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es toll Ich finde es wirklich ein gelungenes Need for Speed Ähm, klar, es hat hier und da Macken In meiner Hinsicht, die größte Macken ist und bleibt das Handling Das Handling ist zum Kotzen, teilweise Und ich fände es noch schön, irgendwie eine manuelle Schaltung zu haben Weil, gerade beim, es ist sehr, sehr driftlastig Ähm, und gerade beim Driften ist, ist eine manuelle Schaltung halt einfach ein Segen Weil sonst bist du halt gefangen im Gang Und du kannst ihn ja nicht mal irgendwie dazu animieren, zu schalten Und ja, das, das finde ich, ist ein großes Manko Ich hatte schon ein paar Situationen, wo ich gerne runtergeschalten hätte Deshalb, äh, sie bringen ja eine PC-Version auch raus Später, irgendwann Und da finde ich, sie sollten, äh, einerseits das Handling generell überarbeiten Und halt, äh, Dingens Manuelle Schaltung Weil, es, es, es geht Arkadig und trotzdem nicht So Arkadig Ich meine, ich, beispielsweise Forza Horizon Es ist ein Arkadig-Rennspiel Was aber einen coolen Mix Vom Handling her, finde ich Einen coolen Mix von Simulation und Handling Äh, und Handling Und Arkade hinkriegt Also, das ist, Forza Horizon 2, finde ich, hat das ziemlich perfekt gemacht Dass das Handling dort anbelangt Ähm Ich finde, sie sollten das irgendwie implementieren So, Handling in, in, in diese Art Irgendwie Weil, ähm Das Handling, das ist für den Arsch Das Tuning finde ich eigentlich ganz okay Äh, es hat zwar ein paar Autos, die haben Da ist das Tuning ein bisschen mager ausgefallen Aber ich finde es okay Also, im Gegensatz Ich meine mal, klar Äh, viele Es ist, es gab diverse Motor Äh, diverse Zeitschriften Die dieses Spiel Absolut fertig gemacht haben Ich finde, das hat es nicht verdient Ähm Man darf nur halt nicht erwarten Dass es in Underground 3, 3 wird Weil Die können halt nicht Von jetzt auf gleich Hier so mit Zack Ähm Ein komplett neues Spiel So herausbringen Wie es in Underground Halt war Meine Underground 2 war Meiner Hinsicht nach Das beste Need for Speed Was ist hier egal Der ziemlich nahe gefolgt von Most Wanted Ja, ich finde Need for Speed Undercover Äh, Underground 2 war das gelungenste Need for Speed seiner Zeit Was heißt seiner Zeit? Ähm Bis jetzt Klar Die Grafik war nicht So toll Aber Ich muss ganz ehrlich Gestehen Wenn das Gameplay Super Bombe ist Dann interessiert mich Die Grafik nicht wirklich Also klar Es soll halt nicht Irgendwie so sein Dass man Dass man Pixel sehen kann Aber Eine halbwegs Gescheite Grafik Und das Gameplay Okay Stark okay Das ist für mich Super Ich bin zwar ein kleiner Grafik Freak Aber wenn es ein Auf Kosten des Gameplays ist Dann muss ich sagen Ne Ich weiß nicht Was ich machen soll Soll ich jetzt zu Hause bleiben Weil unsere Leute sind krank Ich glaube Wir bleiben jetzt mal Eine Nacht zu Hause Weil Irgendwie Militärpunkt Stiltspunkt ist kacke Weil Militär Die bringen uns um Supermarkt Ist auch Gefahr Auch Militär Das Störte Villa Ist auch kacke Bleiben wir mal zu Hause Tag 30 Ich bin geblendert Sehr gut So Jetzt gehen wir Erstmal Alle Eine Portion essen Du kannst auch mal Hier hochgehen Du kriegst auch gleich Was zu mampfen Wer ist denn jetzt Noch krank War doch noch jemand krank Du bist nicht krank Du bist auch nicht krank Du bist auch nicht krank Du bist leicht krank Okay Das heißt nur noch Pavle ist krank Jetzt aufstehen Wir haben keine Brennmaterialien mehr Mist Müssen das Feuerdinge ins Bauen Das ist doof Wir haben extrem wenig Brennmaterialien Vielleicht müssen wir noch Den Stuhl Zerhauen Komm Wir hauen den Klump Hoffentlich bringt uns das was Joa Geht Koch mal ne Weile Ähm Karotte Zwei Mahlzeiten Danach können wir aber noch mehr Vier Stück Okay Ich mach erstmal das Kann der Pavle sich nochmal Eine reinhauen Und danach kann er sich nochmal hinlegen Weil er ist ja krank Und sollte er sich ein bisschen hinlegen Und schon Wie viele Brenndinger haben wir jetzt Sieben Ähm Dann gehen wir Zu den Ölfen Und heizen die ein bisschen ein Ähm Woran liegt's Kein Wasser Dann Petri heilen Ähm Es kam ja letztens Der neue James Bond Spectre In die Kinos Vielleicht hab ich ihn ja schon gesehen Schreibt mir mal in die Kommentare Ähm Wie ihr den Film gefunden habt Ich fand ihn eigentlich klasse Ich war an der Schweizer Vorpremiere Ähm Von dem Film Verdammt Ich war an der Schweizer Vorpremiere des Films Und ähm Im Hallenstadion Und ich muss sagen Ich hab wenig erwartet Ich fand ihn wirklich gut Ähm Das einzige was mich gestört hat War der Titelsong Der von Sam Smith Hieß War's glaub ich Ähm Den fand ich nicht passend Ich fand der passte nicht zum James Bond Aber ansonsten Fand ich ihn wirklich cool Ähm Den Demi DB10 Aston Martin Ähm Auf den ersten Blick Ich hab den Film zweimal geschaut Einmal Ähm Vorpremiere In Englisch Und dann war ich gestern Ähm Gestern heißt Das war der 27. November Ähm War ich nochmal im Kino Mit meinen Kumpels Und hab den auf Deutsch geschaut Ähm Beim ersten Mal Muss ich Hab ich gesagt DB10 ist Pottenhässlich Aber jetzt Weil ich ihn nochmal gesehen hab Mit dem Film drin Muss ich sagen Eigentlich Sieht er ziemlich nah aus Wie der Jaguar Ähm Der neue Ich weiß grad nicht wie der heißt Ähm Er sieht dem ziemlich ähnlich Ähm Von dem her Nicht mal allzu Sieht er für mich Nicht mal allzu schlecht aus Ähm Ja Ich fand ihn ziemlich gut Schreibt mir mal in die Kommentare Was ihr davon haltet Weil er halt Ich will jetzt die Leute nicht spoilern Die ihn schon Noch nicht gesehen haben Aber es ist halt Äh Sozusagen Ne Ne Fortsetzung von Skyfall So viel kann ich sagen Äh Wenn ihr Skyfall geschaut habt Dann Kommt ihr zu 100% raus Äh Was Um was es im Film geht Ich muss den jetzt auch Zweimal schauen Um wirklich zu kapieren Um was es eigentlich geht Ähm Ja War so Ein bisschen komisch Aber gut Ich fand ihn wirklich klasse Wieder mal so ein richtiger James Bond Ich dachte eben Es hätte An der Tür geklopft Dem war nichts Okay Tag beenden Die Nacht Das ist Käse Das ist so Käse Blindern Wache stehen Nimm den Spaten noch mit Ach Wir können dort Das ist ja Der Gang unten durch Ist ja auch hier Voll vergraben Vielleicht können wir dort Noch Sachen finden Wenn wir Wenn wir buddeln gehen Das wäre was Ne Geh mal buddeln Moin moin Guten Abend Verkack Eiern Fahr doch letztens War nicht Oder schon Gehen wir mal von der Anderen Ach auf Ähm Was gibt es noch So zu erzählen Eigentlich Nicht viel Ne Es geht bei euch so Ich habe ja jetzt seit Juni Führerschein Und auch mein Auto Dem ich sehr sehr Zufrieden bin Ähm Ich werde im Sommer Vielleicht nochmal Ein Video dazu machen Wenn ihr das wollt Spätestens Wenn wir damit Zu Gamescom fahren Ähm Dann werdet ihr dem auch mal sehen Es ist so bisschen Galant Ähm Könnt ihr mal Mal googeln In der Premium Ausstattung Und hat da noch So ein bisschen Verspoilerung rum Rum Könnt ihr mal googeln Wenn ihr lustig seid Hat leider Kein Altrad Ist jetzt im Winter Bisschen doof Hat bis jetzt Noch nicht geschneit Aber ähm Gestern auf der Autobahn Hat es sich schon komisch Angefühlt Wo es Kalt war Aber die Autobahn Ist auch ein bisschen doof War ich mit meinem Filmwagen schon drauf Und der Ist ziemlich gerutscht Also Bei 120 Ähm Und Regen Ähm Fand Dieser Filmwagen Nicht so geil Jetzt Gestern hat es nicht Geregnet Und Es war nicht wirklich Viel besser Deshalb Ich denke mal Die Autobahn Ist einfach von was Der hat eine Waffe Habt ihr das gesehen Mach schneller Ähm Ja komm 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 Ich brauche jetzt Ja geh raus Geh raus Finde ich gut Aber da raus bitte Weil ich da muss ich zurück Nice Entscheidest du dich heute noch Alter der hat Ich 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 Glaube ich habe eine Pistole gesehen Oder Nicht Auf jeden Fall Ähm Wie gesagt Ich bin mit dem Wagen Ziemlich zufrieden Ich plane aber mir Ähm Nächsten Winter Oder Ne Übernächsten Geburtstag Das wäre im März Ich habe im März Geburtstag Ähm Mir da einen neuen Wagen zu holen Ich Ich arbeite jetzt Ähm Junge Dort Stehen die Typen mit der Waffe Ähm Ich arbeite jetzt voll Und ich wohne noch zu Hause Das heißt ich kann jetzt Ziemlich Ziemlich Geld sparen Ähm Und Ja Das Das Auto ist Einfach mein Hobby Ich plane da mir ein Auto Ein neues Auto zu holen Ein Neuwagen Ähm Wahrscheinlich aber erst Eher auf Geburtstag Weil Ich finde es halt schade Im Winter ein neues Auto zu kaufen Direkt hier voll Salz Und alles Das ist ein bisschen Doof Das wäre eher zum Frühling Denke ich Als Geburtstagsgeschenk Was ich mir selbst mache Ist das passiert Weil die Musik ist Komisch Ne Und zwar Würde ich bei den Japsen bleiben Auf jeden Fall Hey wieso Wie sie habt ihr gekämpft Ihr Deppen Ähm Tag 31 Meine Geschichte Mein Presseausweis Und ein kleiner Bluff Verschaffen mir Fünf Minuten Mit dem Kommandanten Mehr brauchte ich nicht Um mich davon zu überzeugen Dass es in seinem Interesse Werte das Mädchen Freizugeben Und das Bestechungsgeld Anzunehmen Er bestand darauf Dass Das ist ein bisschen